Es wird wie immer heiß. Das griechische Derby, Rot gegen Grün, Olympiakos gegen Panathinaikos. Sportlich war die Rivalität der beiden größten Clubs in Griechenland in der letzten Zeit sehr einseitig. Olympiakos gehört wieder zu den absoluten Titelfavoriten der Euroleague und dominierte die letzten drei Derbys mit durchschnittlich 24 Punkten Unterschied. Wir sind auf unserer Teameffort, wie wir zusammen spielen, wie wir zusammen spielen, wie wir den Ball zusammen spielen, wie wir einen für den anderen spielen. Ich bin sehr glücklich über diese Leistung. Natürlich war es nur ein Gewinn auf dem Weg in der Euroleague, aber immer mit Panathinaikos ist es immer etwas mehr. Der Schlüsselspieler und Star bei Piraeus in dieser Saison ist Sascha Bezhenkow. Der Vorwort führt die Liga in Punkten und Rebounds an und übernimmt in den entscheidenden Momenten, wie beim Last-Minute-Sieg gegen Schalgiris. Ich fühlte mich, als die Leute mich und der Trainer gefordert haben und mir den Ball gefordert. Jeder hat seine Momente, jeder kennt seine Rolle in diesem Team. Und ich denke, das wichtigste ist, dass wir eine große Chemie haben, wir fühlen wie eine Familie. Denn nicht nur der MVP-Kandidat liefert bei Olympiakos ab. Slukas ist ligaweit der zweitbeste Assist-Geber und Guard-Kollege Walk-Up schnappt sich die meisten Steals. Piraeus ist also klarer Favorit und braucht Siege, um als Spitzenreiter in die Playoffs zu gehen. Trotzdem ist die Chance für Panathinaikos da, denn Olympiakos leistete sich zuletzt auch immer mal wieder Ausrutscher. Zudem hätte ein Derby-Erfolg für Athen in einer schwierigen Saison einen besonderen Stellenwert. Beide Seiten brennen also auf den Sieg. Und eines ist klar, es wird auf jeden Fall eines der heißesten Spiele des Jahres. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.